Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Smash mit dem Kronos und er ist gleich schon mal hier. Und wir spielen Smash auf dem Shotbow, wo wir ja mal gegen Falk gespielt haben. Was bringt das Smash? Ich schon, ich bin übrigens ein Smash Pro, wenn ich mich mal treffen würde. Dann wäre ich Smash Pro, so und komm mit, zack. Alter, geht hier nur mit der Hand auf mich, ne? Ich habe Gäste im Haus, aber ich muss trotzdem aufnehmen, weil Kanka braucht ja unbedingt seine Freude. Und ja, ist gerade das Item, tschüss. Ich habe Steinschwert. Tschüss. Willst du her, komm? Oh, der kann ruhig zu dir gehen. Ja, ja, geht es Ihnen, geht es Ihnen. Feiner Creeper. Oh, oh, ich werde eingebrochen. Geht es eigentlich? Ne, nehme ich nicht. Ja, bleib zum Kack. Los, spreng dich. Ich bin heute übrigens ein bisschen weniger rätselig als sonst. Ach, das passt schon. Geht doch. Doch, doch. Oh, scheiße. Ich weiß, ich war, ich war, ich weißte. Ja, los, komm. Bitte das geklappt haben. Oh, scheiße. Dann war ich wohl gerade ein bisschen cheaten. Das ist so so geil, die Runde. Vor allem, du hast jetzt auch schon wieder... Nein, okay. Ja, 300. 300, 300 habe ich geschafft. Ich habe schon mal 1.000 geschafft. Du hast... Nee, oder? Hast du gerade eine Suppe gegessen? Ja, hast du, der Wechsel. Ah, ich... Ah, geht doch. So, der Wohr macht übrigens auch die Perlen ziemlich viel Schaden. Ah. Ah. Oh Gott, ich bin heute schlecht. Also, mir macht der Schwimm-Monus auf jeden Fall Spaß. Ja, ich auch. Vor allem gegen Kronos. Ja, ich bin heute nämlich scheiße. Äh? Hast du gesehen, wo ich hingeflogen bin? Durch die Wand. Ich bin durch die komplette Map gefahren. Nein, ich bin durch die komplette Map gefahren. Achso, ne, nicht durch die Wand, da war eine Lücke auf jeden Fall. Ja. Danke. Nein! Warum sterbe ich eigentlich immer auf die dümmste Art und Weise, die eigentlich möglich ist, ey? So, tschüss. Was? Meine Angebringte... Hä? Ich bin durch den Boden gebackt. Ich bin durch den Boden gebackt. So, tschüss. Nein. Ja, jawoll. Ich bin grad durch den Boden gebackt, hä? Kronos, der Bodenbagger. So hab ich meine Mutter früher ursprünglich genannt. Haut der einfach mit so einem Kubikmeter Alten nach mir. Äh. Ich... Okay, ich komm schon, wenn du unbedingt so ein Depp sein musst. So ein Blödi-Jahn. Was? Ja, genau. Aufensfeuer, aufensfeuer, los, der Arschloch. Ich will gar nicht wissen, wie viel Prozent ich hab. Also, wenn ich jetzt sterbe, ne, dann nehm ich die Aufnahme nicht, ich sag's. Die Aufnahme nehmen wir nicht. Man sieht, ich bin heute sehr gut. Aber ich hab grad den Kaffee getrunken. Also, vielleicht, vielleicht wird's jetzt. Aha, und ich bin tot. Ach, man. Ich glaub, die Map ist nicht für mich geeignet, oder? Also... Hä? Oh nein. Wir sind jetzt in der zweiten Runde mit Kroos, der da hinten in der Ecke stand und sich geschämt hat. Ja, er hat gerade 10% Schaden in der letzten Runde gemacht. Drück mal T, dann siehst du es noch. Und er hat gewonnen. Mach mal einen Chat auf, dann siehst du das in der Aufnahme. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde mit dem Kroos. Gehen die Ecken schämt dich. Ja, ich schäme mich gerade für meine scheiß Tode. Anscheinend ist sein Besuch wieder rein und jetzt habe ich ihn runtergestoßen. Und er ist tot. Ja, er ist weg. Ich weiß nicht, aber er rennt noch. Er rennt noch fröhlich rum und ja, deswegen... Gefällt dir mein Geschenk? Wunder. Keine Ahnung, ich will die spawnen. Oh fuck, ich wollte noch meinen Namen halten. Los, ins Feuer mit dir. Komm. Burn. Kenker, burn. Oh man. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Okay, schon der zweite Punkt für mich. Ich glaube, die Aufnahme können wir auch vergessen, oder? Oh. Oha. Alter Kenker. Ja. Juckt mich nicht mit was du da kommst. Das ist das Ender-Giant-Sword. Das ist das Ender-Giant-Sword. Oh fuck. Kronos ist gelieft? Ich habe gewor... Ja. So, da dieses Video jetzt so plötzlich endet ist, möchtest du jetzt meine Schlussworte an euch richten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie euch dieses Video gefallen hat. Weil so Failrunden mit Kronos passieren ja nicht jedes Mal. Und ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Kronos vs. Kenker. Tschüss.